Ok Freunde, hau dirri! Staffelfinale bei den Sims 3. Das heißt erst einmal die letzte Aufnahme. Ich brauch nur noch ein bisschen Blut für was Neues. Pass auf, im Haus ein Geschwindner. Pass auf, du bestreitest schon wieder. Pass auf, da Allah ist. Oh, Franco! Reib ihn dir. Ach so, der Putzschütl. Oh Baby, möchtest du scheißen? Ja gut, sie ist eh trickert. Scheißtreff. Ja man, ich sehe schon Wurst. Pass auf, der Quicknick. Pref nicht ins. Unbegründet arbeiten, gell. Das ist ja Syr, sie schweibt da rum. Schau, Fieber. Lübe. Du hast einmal prädelt, schau da mit Duschen her. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Ach so. Der Manni wollt man rumschauen, oder? Kann das sein? Ja. Ja. Denn wir haben ja was bewirken können. In der Littenaufnahme. Schuh, gell. Die utopische Zukunft. Da werde ich dann später mal rumschauen. Mal schauen, was passiert ist. Schau mal aus. Ja Meister, aufsteh noch. Hangst du abend, schön. Heu bringt es den Vorderen um. Herr Lukey, wie schaut er aus? Putz ein bisschen. Der läuft gut, der Grüner, der räumt zusammen, gell? Wie ist es gehört? Was sagt der? Der Ola ist krank. Ich treffe dich gut. Was hat er denn? Die Scheißerei? Das können wir wahrscheinlich von dem Fraß, was ich mir fressen muss. Jetzt habe ich den Putz schon wieder. Der war dann doch nicht geworden. Der könnte ja. Was könnte der Mauer? Außer putzen. Der hat den Putz war einfach voll schön. Bei der Philomena, die pennt noch. Der Blech wie meckert. Bei dem, rund zu meckern. Wahrscheinlich ein Meckerbott. Der wird auf, Großvater. Den schickt man mit so einem Brunzen. Herrmann, was ist denn hier? Der Rechner trifft dich gut. Aber, da ist er schon. Kuh der Grüner. Der geschickt der Handwerker. Der kann das. Der hat das. Sauber Leben. Der Luki. Der schickt man mit oben. So, er hat den Rechner wieder repariert, gell? Mit all seiner Erfahrung. Pass auf, wie schaut denn aus? Heut haben wir Sonntag. Aha. Morgen müssen sie wieder ohne. Ich bin in elf Tagen wieder zum Senior. Sieh in zehn Tag. Der blöcke. Er wird nie in der 카 babb ticket. Aber wir würden nicht duschen, okay? Ah. Hey Baby, möchtest du mich umhören? Möchtest du mich umhören? Oh Gott, was hast du denn gemacht? Hat er viel gespümmen? Für Gottes Willen. Laufsinn spotten, das kommt gut aus. Schön wie die Schlappigkeit beschweren. Aber richtig so. Beleidigen, helft einmal. Ja, alles. Schluckst, Thomas ist riffig. So eine Flucht da hinten. Weil die Dusche kaputt ist, aber auch da kommt schon ein guter Grüne. Warte mal, sie kriegt den schön, der Schül. Nach Art des Hauses. Ja, Luki, warte mal. Energie, würde ich sagen. Ja, Brigitte, versagt nütz. Deine Brügel kriegt. Klang das, oder? Äh... Ja, gut. Ich hab mir sagen, die Schnauten voll. Guck. Wo treten ihr? Er rennt da draußen. Hier geht der Misch. Okay, Leute. Unsere gepflegte Brügelerei haben wir gehabt. Aha, voll ein Wilhelmina. Die Reste vom Waffelnäßen. Na gut, pfeift es rein. Geht schon. Hey babe, schaut nass. Was haben wir da? Qualitätsschäuselig. Zubereite von Quicknick, na kein Wunder. Bei dem Frau das muss der kotzen. In einem Tag ist Sommer, aha, da schaue ich ja. Ableck hier, warte bis jetzt langsam. Wie schaut denn aus, kann der kochen? Schon, oder? Bisschen. Was sagt ich? Ersetzen. Machen wir. Da geht's zumindest wieder. Und die will ja doch bestimmt ein Buch schreiben, oder? Und da schreiben wir das mal. Okay. Hört ein Schundrum an. Was auch den schlimmsten aller Zeiten. Gewinnen wir auch gerne eine Wollwald-Feindin. Da sind die Tamaradonna. Hä? Hä? Die Holly. Die Vita. Achso. Da bin ich wirklich nicht hier. Ja, schläft. Kann ich sein, ha? Ja, schläft. Kann ich sein, ha? Ja. 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 Der Blechi, wie der könnte ja. Der ist Frühstück so werden. Den machen ich gerade da schon hin. Warte, du lesen. Haben wir nicht gesagt, schreiben. Die Sportgesellschaft lächerlich machen. Mach ich. Bei der Kohle haben wir auch. Über 20.000. Da gibt es schon. Da kann schon mal jemanden lächerlich machen. Hey, da kommt er da her. Alles die Maschinen. In Unterhosen. Pass auf, der pfeift jetzt die heiß-saure Suppe, ne? Der Ton nicht her raus, möchten die ja. Achso. Der möchte dich drum machen. Der Schlingel. Nein, Baby. Wir wollten doch schreiben, oder? Mit Level 3 erreicht. Jawohl. Die Schreibfähigkeiten. Da sind wir aktuell auf Level 8. Pass auf. Der Meister Allo ist. Der muss wahrscheinlich wieder ohne, gell? Als Spitzespion. Wow. Wow. Pass auf. Der Basteltisch. Der benutzt keiner mehr, gell? Bei After Look mit seinen Erfinderfähigkeiten Da war er Auf Level 5 Die Schachlegende Wo ist er da? Gott, bei Level 3 erst So, möchtest du wieder Brigitte beleidigen? Neues habe ich von ihm Die mag gerne einen Wolf Die möchte einen Brief haben Wen kann sie haben? Die Morgana Wolf Achso Da haben wir schon eine Romanze Die müssen wir gerade noch an den Land ziehen Die blöde Kuh So, den Brief hat er verschickt Geh Schaut nach, es geht noch einer Weil er gerade dabei ist Und den schickt man dann Weil er dann nimmer halt Die Schöne, wobei Die ist in der Zukunft, oder? Kann ich sein Dann sorry Ich mag einen Brief haben Viel um Wiener Wie schaut denn aus? Wären wir besser? Langsam geh So, wie schaut der rum aus? Irgendwelche Außerirdische? Nicht geh. Mit denen haben wir kein Glück. Hey, der kriegt nicht. So, der pfeift jetzt die Waffeln rein, die er selber gemacht hat. Kuhle, kuhle, du nirgends. Jemanden schitten. Der Anblick von Reißzähnen. Lachen wir mal, das wird ein Schild. Die Grafiken verbessern. Machen wir mal. Baut eine 5D-Greifkarte neu. Du, warte mal ein Gefühl, nicht. Mach die Brügelung. Ach so, ich muss raussehen. Hat ja Glück gehabt. So meine ich hätte ihn unter den Grill reingeschlagen. Das Brille muss auch raussehen. Wenn's mag, wie schaut denn aus? Magst du? Ach so, jetzt mach dich. Ja gut, geh hier zu mich. Kann gut angeben, die Bürgermeisterin. Kann gut angeben, die Bürgermeisterin ist fühlbar? Kannant nichtенных.